Applaus 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 Das ist ein guter Tag für Nordrhein-Westfalen. Schwarz-Gelb ist abgewählt. Und ich bin hier heute verteilt. Wir haben eine tolle Aufholjagd hingelegt seit der Bundestagswahl. Ihr wart dabei. Ihr habt das geschafft. Und eine Botschaft geht von Nordrhein-Westfalen hinaus ins ganze Land. Die SPD ist wieder da! Die Zahlen sind eng, es wird ein langer Abend werden. Aber unsere beiden zentralen Wahlziele sind möglich. Drückt die Daumen. Stärkste Partei und Rot-Grün regieren. Das ist das, was wir für Nordrhein-Westfalen wollen. Liebe Nordrhein-Westfalen, lassen mich die Grüße ausländen in die gesamte Partei im ganzen Land. Ich war viel unterwegs in den letzten Wochen und Monaten und Jahren. Ich habe einen solchen Wahlkampf noch nicht erlebt. Ihr habt das verdient, was heute Abend hier passiert. Ihr habt so hart gearbeitet und ihr habt mich getragen. Und dafür sage ich Dankeschön heute Abend. Applaus Applaus Es hat mich an dieser Stelle all den Danken, die an vorderster Front immer mit dabei waren. Das Team um mich herum, ich nenne sie nicht alle Namen, das Team, was aus Stellvertreter Partei und Fraktion, aus Carina Goetheke, der parlamentarischen Geschäftsführerin, und das Team, das Zukunftsteam für Nordrhein-Westfalen ist und sein wird. Danke euch alle. Danke euch allen. Einen fantastischen Wahlkampf. Das ist gut gelungen. Applaus Diese Augenjagd war möglich, weil wir alle hart gearbeitet haben. Nicht erst in den letzten Wochen, in den letzten Tagen, sondern in den letzten fünf Jahren. Und weil wir als Partei eins geschafft haben, was nicht einfach war nach dieser historischen Wahlniederlage. Wir sind geschlossen geblieben. Wir haben das gemeinsam geschafft. Das hat uns zum Erfolg gebracht und das wird uns durch eine gute Regierungszeit tragen. Applaus Lass mich noch zwei persönliche Dinge als Dank sagen. Auf die Schnelle. Einmal ein Gruß in meinen Wahlkreis nach Mülheim. Ihr habt oft auf mich verzichten müssen. Danke an euch. Ihr habt tapfer gekämpft vor Ort. Applaus Und dann danke an meine Familie und an meine Freunde. Die haben auch verzichten müssen, aber es hat sich gelohnt. Danke. Das hat sich gelohnt. Ihr habt sich gelohnt. Damit es am Ende reicht. Damit wir vorne liegen. Aber wir haben ja gekämpft. Danke an euch alle. Toll gemacht. Applaus 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 Darf ich mal einmal den Fotografen noch von den Stühlen wählen, weil ich einmal die Menschen da hinten im Saal sehen möchte. Ganz Liebe bitte. Ich bin auch gleich wieder da. Einmal bitte alle runter. Und jetzt nochmal meine herzlichen Grüße an die alle, die da hinten stehen. Applaus Und wenn wir auf der kleinen Hau sind. Applaus 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 Applaus